Der Ilion, ein 2016er Jahrgang, Filmfest München, geht es schon wieder dem Ende zu, so schnell geht es manchmal. Erstes Opening und schon ist man am vorletzten Tag. Da gibt es ja allerhand Momente, die bleiben. Was sind denn Ihre persönlichen Moments, was sind die Filmfest Moments 2016 gewesen? Ja, also wir schuften ja praktisch das ganze Jahr und das Filmfest ist dann, da kommt dann alles zusammen, für was wir gearbeitet haben, mit 580 Publikumsvorstellungen, wo fast immer Gäste da waren. Wir hatten so viele Gäste da und das Schönste sind für mich ja eben diese Begegnungen. Wir hatten die Ellen Burstyn da und die hat sich den Film vom Gobadi angeguckt, eins der ganz großen kürtischen Filmemacher. Die haben sich auch getroffen, miteinander darüber gesprochen, Petzold und der Klaus Lembke hat eine riesen Premiere auf dem Filmfest gehabt und macht echt modernere Filme als mein 25-Jähriger. Das war traumhaft. Wir haben Überraschungsbesuche aus Hollywood bekommen mit Michael Madsen, eines der Hauptschauspieler von Quentin Tarantino, der auch ganz begeistert war und tolle Q&As hatte, also Question and Answers. Das heißt, das bleibt und die Leute kommen wieder und sind begeistert. Worauf glauben Sie, sind die Zuschauer und Gäste auch aus aller Welt hier am meisten neugierig? Also Sommersonne in München spielt eine Rolle. Wir haben dann auch gleich gutes Wetter gekriegt zum Filmfest. Ich glaube aber, dass wir eine unheimliche Qualität an Filmen haben. Also man geht ihnen egal was, jeder kann hin und man findet immer einen interessanten oder tollen Film. Wir können uns das erlauben, wir erlauben uns das, sehr krass in unserer Auswahl zu sein. Und dass man dann dazu noch die Gäste hat, das wissen die Leute zu schätzen, das macht ein Filmfest aus. Die Kinos waren ziemlich voll in sehr vielen Vorstellungen und man erlebt dann die Macher und spricht mit denen und das macht das Besondere am Filmfest aus. Und das hat auch dieses Jahr toll geklappt, trotz EM, trotz Brexit. Wenn man nach vorne guckt, wie könnte es auszahlen, das Filmfest 2017. Wen würde man denn gerne hier persönlich empfangen wollen am roten Teppich, Frau Elian? Ach, ich habe so viele Wünsche, auch noch Frauen. Also es gibt doch, ach, von Julian Moore bis ganz tollen deutschen Schauspielerinnen, die auch gerne eine Jury hätten oder so, gibt es viele Wünsche, die ich habe. Ob die alle in Erfüllung gehen, das sei mal dahingestellt. Aber fest steht, wir haben ein geniales Team, was durch die Welt reist, die ganze Zeit mit sehr viel Engagement und Liebe. Und da werden wir wieder die besten Filme nach München im Sommer holen. Und das wird in jedem Fall wieder Genuss werden. Jedes Jahr schaffen wir es. Seit 34 Jahren. Also wird es schon irgendwie gehen. Dann wird es schon irgendwie gehen. Vielen Dank.